kurzes video die aktuelle lage wie ist die lage erst mal danke für 27.000 abonnenten die letzte zeit kam nicht viel was mir sehr leid tut ich versuche bis jetzt wochenende versuche ich das zu machen dass ab da wieder regelmäßig uploads kommen ich bin dabei es ist wieder aufzunehmen viel so viel es geht damit dann mal was kommt damit das projekt bleibt damit es weiter geht halt die menschen bekommt ab und zu dann immer wieder mein kopf xbox 360 und super mario 64 ist noch unklar mir ist wichtig dass das erst mal die beiden projekte meine projekte ich hatte weitergemacht werden eventuell an tv2 ab und zu und ja das ist schon mal wichtig völlig nur die info zu geben und die wichtigste info wenn das noch nicht habt könnt ihr mir gerne auf twitter folgen oder bei facebook freundsans anfrage schicken bei twitter oder so schreibe ich auch oft oder viel und kriegt ihr auch viel mit gleichzeitig könnt ihr auch wenn ihr wollt der guitar erfolgen das ist könig die königin so sage ich immer so die schreibt auch eine menge misst muss sie sonst würde sie nicht so gut zu mir passen normal aber aber mir wollte ich nicht sagen nur dass es mir die projekte dass es mir leidtut dass es jetzt demnächst dann ordentlich weiter gehen wird wenn ich es geht und alles aufnehmen das wird schon gegen wochenende ab gegen wochenende geht es dann vernünftig wieder los mit zwei bis drei videos am tag bis dann ihr kleinen feudel und tschüss